... für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante. Wer braucht Helme? Warte mal, was hat's da tödliche, was? Wer braucht Helme? Also los geht's. Also ich weiß, dass man dort oben schon mal und dann hier hin geht. Sollte jetzt vielleicht den Part anfangen? Die Aufnahme läuft sogar schon. So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge vom Portal mit meinen liebsten Portal-Menschen. Ja, Bytes, du bist es nicht mehr. Lieben Anaman. Hey, klatsch in die Runde rein. So, raus geht's. Achso, die schräge, okay, gut. Ja. Ich kann jetzt hier oben das so... Meins! Hey! Hey, was... Jo, mach am besten wieder, so. Ja, wie gesagt, willkommen hier zurück. Und... Kann man auch schräg blau aufhören? Jetzt hat mich auch gewundert. Willst du? Nee, boah, stopp, 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 stopp. Ich weiß es, ich weiß... Wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. So. Das rote lässt du, das brauchen wir bestimmt dann später noch. Ja, das rote ist aber hier. Hä? Du musst da unten noch eins passieren, du Pflaume. Warum muss ich da unten eins passieren? Was denn du? Ja, ich fand mir auch Kraft, was ich hier mache. Okay, ich spreng hier runter und platziere jetzt einen Weg, oder? Kann man das? Ah, warte. Ich habe einen Plan, dude. Okay. Was ist... Ja. Oh, warte. Okay, ich muss nochmal da hoch. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So. Oh, man kann hier einfach durchlaufen. Du solltest einfach durchlaufen, wenn du... Geh einfach durch das Gelbe dann oben. Ach so. Ja, das war, glaube ich, eine Möglichkeit wert. Hä? Du musst auch schräg. Du kannst nicht frontal gegen das Ding springen. Ach so. Ich springe gerne noch. Alter, nein. Boah. Hä? Nein. Okay, warte. Du musst da runter springen. Ja. Yay. Welcher? Das ist der rote, gell? Ja. I will survive. Komm, das schaffst du. Ich habe Angst. Ich bin Lila. Das geht trotzdem? Ey, Lila vor allem. Nein. Die Lila. Okay, jetzt go. All das singen. Hier brauchst du eine Treppe. Ja, das sind so. Hier brauchst du eine Treppe. Wir müssen irgendwie eine Treppe machen. Das weiß ich noch. Und dann musst du oben... Und dann musst du oben... Du, Flaume! Alles klar? Du, Flaume. Jetzt müssen hoch. Irgendwo... Irgendwo... Tief in... warte mal, warte mal, ich komm also irgendwo muss ich glaube ich wieder was bekommen du musst? aha aha ah ja, genau was ist denn die Treppe, meintest du? ne, irgendwie ach so, ja klar, ja, ja wir können einfach da durchlaufen ja, ja geh doch da jetzt durch, man ach so ja, stopp, 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 stopp logisch überlegen ähm logisch ist nicht obwohl, das brauche ich nicht und du machst das gelbe weiter oben bringt trotzdem nichts ja, weil das Teil da unten noch ist du Flauime mach mal ah, bist du mal da unter ah ah, warte mal das geht nicht das bringt nichts ja, mach das das Flauime da ja, genau und durch schafft man das überhaupt? nein, glaube ich mal nicht aber wir haben jedenfalls irgendeine Position gefunden äh von der wir glaube ich nicht arbeiten können knapp knapp soll man denn da bitte da rüberspringen jetzt frage ich mich eigentlich ich frage mich gerade was anderes was fragst du dich denn? das geht, das geht nie ich habe gedacht man kann durchschießen aber es geht nie natürlich kann man ja nicht da durchschießen ah, ich bin wieder weg da ist mir jetzt aber schlecht geworden ja, das ist echt komisch wenn man so manchmal durchläuft äh warte mal, hast du dir vorhin gerade gesagt wir schaffen das noch bevor du los musst? ich glaube nicht das darfst du dich überhört äh, verhört überhört äh 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 oh hä? hä? was? nee, bringt nichts ach was äh äh ja, ey, 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 weil äh, idea oh, nee, man trifft es ja gar nicht von hier ja gut, nichts mit der idea trifft man trotzdem nicht das habe ich auch gerade im Kopf gehabt ich habe eine Idee dazu bereich dich mal ja da, die, da, du, da ah komm mal ein bisschen runter ich erkläre dir mein Plan ah, boah, ja, 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 ich glaube ich habe auch was ja, erklär mich, du dein Plan aber da funktioniert gerade von dir und nicht mehr doch, 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 doch also hier da machst du mir mal äh, gib mir mal das äh, rote ne, das gäbe genau äh, eine Big Big World jetzt kannst du nämlich durchspringen krass ah, cool so, und jetzt ist es warte, 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 warte warte, 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 warte warte, 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 warte zups, zups finger weg mach ich ne, das funktioniert auch nicht hä? hi was ab Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da drüben. Ach, du musst einfach nur durchspringen danach, ja. Ja, was machen wir dann mit dir? Ähm, ich bin ein Zauberer. Äh, gib mir mal eine Plattform wieder hier runter, dass ich runterkomme. Geh einfach sterben. Nein, das kann ich ja nicht, weil dann ist nämlich mein Portal oben weg. So. Ah. Ja. Bring mal durch. Ne, ne, halt, warte mal. Ja, wo ist dein zweites Portal, das wollte ich gerade fragen. Das ist hier hinten, also hier, weißt du. Ja, da sehe ich eins. Und hier, und, ne, da kommst du, glaube ich, kommst du ran? Woran? Hier oben an die, an das Ding. Ja, ja, da komme ich safe ran, ja. Ja, wo ist deins? Ja, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Mach mal da eins hin und spring doch durch. Ne, das geht ja nie. Mach einfach doch. Jetzt mach. Los, hinne. Nein, 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 jetzt mach mal. Es bringt nichts, sag ich dir gleich. Ah, knapp. Jetzt war der Nachrichtspazier. Oh, ich, ach, Mann. Das ist das bringt. Hä? Also, irgendwie sind wir, glaube ich, sehr, sehr dumm. Gerade eben. Ich verspringe mal einfach da durch. Springe einfach mal da herein. Schaffst du. Ja, von oben bringt das auch nichts. Von da oben komme ich auch nie hier rüber. Kölner Dom, Alter. Mach mal. Platz sie mal da eins. Springe da durch. Dann springst du ins Gelbe. Dann springst du ins Rote. Und dann springst du da. Und normalerweise nicht hin. Ne, das macht ja keinen Sinn. Doch, das... Ach, das Sinn? Du springst da rein. Ne, du springst das Gelbe. Warte mal. Springst da hoch. Dann springst du da rüber. Dann nennst du dir nicht das Gelbe. Aber das Gelbe ist... Das Rote ist dann hier. Dann springst du da. Dann springst du da. Und dann springst du da. Ich versprich da. Also, ich versuche es hier gerade. ein bisschen zu verfolgen. Aber klappt irgendwie gerade nicht so. Also, das Gelbe ist schon mal richtig. Die Frage ist nur, wie komme ich zum Gelben hoch? Da muss ich selber... Mit dem Roten. Genau. So, aber wo muss das Rote hin? Das Rote muss da hin. So, jetzt geht er durch. Ne, das Rote muss eigentlich hier hin. Ja, das treffe ich aber von hier oben. Ja, eben, das geht nicht. Ich weiß. Nicht. Das kann ich nicht, hoffen. Haaaah. Ja, eine andere Frage ist... Die andere ganz große Frage ist, was erwartet uns da oben? Also, es ist ein weißes Ding, wo ich dich dann hochbringen kann? Ne, wir müssen beide da hoch. Alter, also muss es ja eine Möglichkeit geben, die von oben geht und von unten jetzt. Ja, so in der Art. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon bald ein Part, wenn man weiter so machen. Dann nenne ich die Parts, Part 1, Portal, Level 1. Und dann Level 2 ist der Part 2, wenn es weiter so geht. Ja, was... Ich kann ja Portal googeln. Oder willst du das? Nein, 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 nein. Nein, wir schaffen es ohne. Okay, Leute. Wir haben ein Gehirn. Ach, nie Bomben, wir haben keins. Wir bestehen ja aus dem Taschenrechner. Genau. Ich will mir mal kurz einen Spaß geben. Nein, weißt du mal? Nur gerade als Spaß. Kannst du... So. Alles klar. Du musst draußen bleiben. Alter, wie komisch das ist. So. Mach mal bitte ein hellblaues da hin und das soll dann durch das Rote gehen, damit das durch das Gelbe geht und dann kannst du da vielleicht durch. Machen wir was? Ein bisschen höher. Super. Ja, nicht zu ganz. Aber am Anfang, weißt du? Was ich mich frage, warum ist es teile ich über schräg? Nein, ich hab's. Hab ich... Ja, du musst... Du musst diese blauen Teile so bauen, dass ich wieder zurücklaufen kann, um das Rote dann dazu platzieren, dass wir beide dann da durchspringen können. Ja, die Scheiße ist aber bloß, wenn du da durchspringen kannst, bist du... Ist dein Portal aber weg. Du musst dir halt gleichzeitig sprengen. Ja, lass mich mal bitte wieder zurück. Äh, ja, die Frage ist nur, wie am dümmsten war ich... Mach mal das hellblaue irgendwie da hin oder so. Oder da drüben. Einfach das hellblaue. Ja, jetzt musst du da eins, ja. Oh, oh, oh. Uh. Dann geh ich hier zurück zum Hauptrechner. Dann mach ich mal mein Rotes da weg. Warte kurz. So. Ähm. Da vielleicht. Dankeschön. Hallo. Auf drei. Alles klar. Warte mal, warte mal. Was willst du jetzt machen? Wo kommen wir jetzt... Achso, wir kommen nicht oben raus. Du musst du erst springen. Ja. Alter, was ist denn das für eine dämlichkeit? Ich hab gesagt, das ist so eine E-Tropel. Ja, wir sind so dummer, Alter. Oh, wie lange war jetzt die Folge? Wie lange hat es jetzt gedauert? Wie lange hat es jetzt gedauert? Leute, trotz scheißegal, ich beende jetzt ein paar, ich denke, das war lang genug, so auch bald um die 10, 15 Minuten. Wenn ihr euch das Ganze gefallen hat, dann lasst hier orange einen Daumen nach oben da. Sieht komisch aus. Ah, die Waffe! Äh, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wer mich noch nicht abonniert hat. Leute, erzählt weiter, Menzi macht wieder Portal, er ist dämlich wie immer mit Enderman zusammen. Und dann, bis man nichts mal sagt, euer Menzi. Und? Ich. Ich, der Ende meint, tschüss. Ah.